Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Odyssey. Und ihr bestimmt schon merkt, dass gelb nicht die beste Farbe, um vor einem Greenscreen zu sitzen. Wird mir gerade so auf. Na wobei, mittlerweile geht's einigermaßen. Warte, war's noch schlimmer. So, was wollten wir denn machen? Wir wollten hier noch zwei Monde suchen. What? Da wollte ich nicht hinreißen. Das ist aber nicht unten, oder? Ist der unten? Das war ultra-knapp letztes Mal. Komm schon. Sing schneller. So, hier Luft. Okay. Hey, dich hab ich doch schon. Doch, da ist er. Das ist der andere. Yes. Muss ich doch. Tief unten im Wasser. Zack. Nächster Mond. Easy gay. Easy gay. Okay. Einen müssen wir noch. Hallo, kannst du da rein? Dankeschön. Und der eine ist... Wer hier versteckt. Es sein kann, dass er hier drin ist. So ein kleines Geheimnis. Blablabla. Er ist auf jeden Fall hier drüber. Drunter ist er nämlich nicht mehr. So, zack. Zack, haben wir das auch geklärt. Wollt schon, kannst du hier nicht machen. Deshalb gehen wir jetzt hier den Aufzug. Oh, zack. Schnixenkleid ist wunderschön. Das kriegt... Ah, jetzt ist das Kleid ja da. Verrückt. Wo muss ich da denn rein? Ja, das sieht so. Das Kleid ist der letzte... Der letzte... Mond hier drüben. Der muss ich mich einmal hier kurz anziehen. Wie ein Taufer. Bestätigen. Ja, passt. So. Damit darf ich da rein, ne? Das müsste das Outfit sein. Hallo. Bla, 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 bla. Schnixenkleid. So, jetzt zack hier rein. Ja. Kling. Ne, das hab ich schon. Noch höher. What? Ach, da kann ich drauf stimmen. Das gibt noch einen höher. So, muss ich davon hier rein. Hallo. Ich bin verwirrt. Wo dieser Mond ist. Fast 7.000 Münzen. Nice. Schwimm, 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 schwimm. Schwimm. Hier. Oder wat? Die mittlere, der elegant, sch... Die mittlere, der elegant, Schwestern, die bin ich. Meine Inspiration ist derzeit der Weltraum. Ich befürchte gar nicht an dir, soll es dir... Kenntnis zum Weltraum. Ich bin die älteste. Pirat. Weltraum. Pirat. Ups. Und... Cowboy. Weltraum. Pirat. Cowboy. Ich hab gerade den Mond gefunden. Aber ich glaube, wenn wir den... Wenn wir unsere Outfits zeigen, kriegen wir nochmal drei. Und das machen wir doch jetzt einfach mal schnell hier. Die müsste ich, glaube ich, sogar alle haben. Ich glaube, die habe ich alle. Ich hab den weißen Hut. Hab ich auch den Astro. Den Cowboy habe ich. Ich hab... Ich glaube, ich keinen Astronauten. Hab ich den nicht wieder gemacht. Cowboy habe ich. Ich muss dich hier hochschwimmen. Zu denen. Astronaut. Cowboy. Okay. Pirat. Du wolltest den Cowboy, ne? Ich nehme diesen Mond als Zeichnung. Na dann, Backe. Zack. Nice. Im Stil des Wilden Westens. Stil. Stil. Entschuldigung. Zack, 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 zack. Hier. Da muss ich kurz hochklettern. Mal kurz da raumspringen. Und zack. Wollen wir uns dem Mond hier noch. Steckt in der Säule. Auf dem Dach des... Aqu... Aqu... Okay, wir haben... Okay, wir haben... Die Cowboy haben wir. Jetzt brauchen wir noch den Astronauten. Den Piraten. Das ist nicht der Pirate. Das ist der Captain. Fuck. Fuck. Fuck gehört dazu. Den hab ich ja gar nicht davon. Oder wie? Okay. Ähm... Wir brauchen einen Piraten und... Moment mal. Den Piraten müsste ich doch hier kriegen, oder? Theoretisch. Okay. In dem Bereich gab's das... Wer kriegt da Piraten-Outfit? What the fuck? Astronaut? Okay. Vermutend vermutlich. Wenn nicht, dann weiß ich's auch nicht. Sind auf jeden Fall nochmal safe zwei Monde bei. Äh, zwei Monde drin, die ich mir holen kann. Durch Outfit. So, na... Hier war... Was war hier drin? Ups. Das war da drin. Nöx. Nöx. Da waren wir nicht nur noch drin. Kling. Aha. Haben wir Peach noch? Ja, die haben wir ja noch nicht gefunden. Hello. Ja, wunderschönes Schnixenkleid. Boah, das ist das an. Peach im Seeland. Haben wir auch. Zack. Haben wir sie schon fast überall gefunden. Was ist das hier? Ist das ein Ne... Das ist ein Neuer... Kling. Kling. Wir sehen auch noch. Seeland. Tic-Tac. Turnier 2. Äh... Dich haben wir schon, ne? Oder? Dich hatten wir schon, ja. Okay. Ah, kann ich auch verdienen, ohne dass ich die Mütze hab. Was wollen wir? Wir bauen Astronauten und Piraten. Die würde ich jetzt gerade eben sogar holen. Kurz unsere Monde einzahlen. Kann man natürlich nicht überspringen. Von 323 auf 338. 162 Monde. Ein anderes Land möchte ich reisen. Und zwar... Küstenland. Ah, kauft man sich gerade. Wo sonst? Ladebalken, ja. Wenn ich das so mache, dann sieht man. durch. Jetzt könnte ich mich durchgucken. Jetzt nicht mehr. Ja, komm, überspringen. Brauche ich nicht alles sehen. Ich bin hier nur kurz, um mir... Ja, ja. Ja, bitte auf mir dazu sagen, wir machen hier noch nicht die Monde, ja. Wir sind hier nur, um einzukommen. Ich hoffe, hier weiß ich schon, es reichen. War das nicht hier? Einkaufen. Ach nee, dann waren die zwei... Das waren die wunderbaren Tiere, die hier rumeiern. Dann ist der gelbe. Und da kann man nicht hier rumdüsen. Dahinten ist Lilla. Hallo, guten Tag, ich möchte gerne mit Ihnen fahren. Da oben. Willkommen am Burr-Matrose. Kein Pirat. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Ich muss zu, ich sehe draußen. Oder habe ich das jetzt nur nicht gesehen? Hallo, hallo, hallo. Zack. Ja, in ein anderes Land. Gerade mit Weltraum. Denkst du mal eben ins Mondland. Dabei gab es da überhaupt Leute, die Sachen verkauft haben. Bro. So lange ist das aber noch nicht her. Und ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Ja, stimmt. Da war der Schock. Habe ich gerade gesehen. Jaja, ist mir wurscht. Hier sind wir noch lange nicht. Hier drüben ist der Schock. So, rein. Bei euch gibt es doch bestimmt den Astronauten. Jawohl, hier ist der Astronaut. Da treuer Klo. Jetzt umziehen. Da möchte ich direkt kaufen. Und dann gucke ich mal eben was. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Ja, wir eern uns bald wieder. Dankeschön. Ob das geraden Outfit nicht vielleicht ein normales Doch, klar, guck hier. Piratenhut. Kaufen. Danke. Später umziehen. Hm. Ich wusste doch, ich habe das irgendwo gesehen. Aber es war nicht da drin. Später umziehen. So, hier gibt es noch einen Clown. Einen Football-Spieler. Irgend so einen Racer. Orange, der Overall. Das Skelett, ja. Das wird noch nice. Zack, zack. Dedicom, alles klar. Okay, okay. Okay, zwei Monde hier. Hier brauchen wir noch Monde, um freizuschalten. Ja, aber hier sind wir schon... Puh. So ein dicker Ritter. Ritterrüstung ist schon ordentlich. Hier ist auch Stellar View. Stellar View Outfit. Baseballhelm. Hier sind schon... Expensive. Sind schon ganz schön teuer. Also, jetzt wollen wir mal wieder zurück. Warum habe ich mir den eigentlich nicht geholt, als ich hier war? Das ist die Frage. Oh Lord, du kannst sogar die Erde sehen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Krasser Shit. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, seine Mütze wegzuwerfen, wenn man auf dem Mond ist. Theoretisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, seine Mütze wegzuwerfen, aber zurück ins Seeland. Okay, wir springen. So. Ja, hopp, 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 ruckel nicht und fahr. Landen brauche ich jetzt nicht sehen. Ja, passt schon. Wir wollen nur nach da hinten. Puh. Das ist das Einzige, was ich gerade möchte. Schnell da hin. So, ja, hoch. Schwimm, schwimm, schwimm. Ah. Ah. So. Poing. Weltraum. Du bist der Weltraum. Dankeschön für den Mond. Und die eine wollte ich jetzt noch das Piratenoutfit sehen. I'm Pirate. Ich will zum Schrank. Ich will zum Schrank. Hier, der Samurai ist auch echt nice. Ich muss die Frage, wo ist der Pirat da? Da. Hier ist er. Und den? Stetige. Das ist gar ne Augenklappe. Nice. Sü. Sü. Guten Tag. Schneller da, Watu. Zack. Zack. Hier hoch. Und zur mittleren Flacke. Hi. Du wolltest den Piraten sehen. Ich gebe dir mal einen Mund zum Dank für die Inspiration. Ja, Dankeschön. Zack. Piratenlook ist in. So. Und damit kommen wir wieder zurück zur Orise. Mal gucken, wir haben schon fast 19 Minuten. Da passt das ja. Wirst du wohl springen? Ich dir sage, dass du springen sollst. Zack. Und wir zahlen uns Grimmungen daheim. Fehlen noch 160. 340 Moon, da habe ich in dem Spiel schon gestern mal, das ist ganz schön viel. So, zack. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wird es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Outro Untertitelung des ZDF, 2020